Was hat der geleakt? Hey, wie soll er wissen, wie viel ich mache? Der Hohenzoll! Yo, Playboy, was geht? Hallo, Digga, bitte treu jetzt nicht, okay? Was ist? Du darfst jetzt nicht treuen, ich stelle dir die Frage, du darfst wirklich nicht treuen. Ich hab kein Tarek. Ja? Fiele ich, for real. Was ist? Fiele ich. Bruder, das ist schwer zu sagen über Handy. Also ich würde jetzt auch über Handy sagen, nein. Wirklich nicht. Nee, sieht ziemlich normal aus, Bruder, jetzt über Handy. Okay, ich geh näher dran, jetzt. Soll ich in deinem Stream gucken, ist vielleicht geiler? Ja, okay, mach. Also, machst du dir jetzt grad wirklich Sorgen? Ja, ja. Ja, Bruder, beruhig dich erstmal. Selbst wenn du schießt, das kann man easy fixen, das ist gar kein Problem. Guck mal, Kamera. Boah, ich glaube nicht, Digga. Du hast sehr schöne Augen, by the way. Danke. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen, selbst wenn man schieben würde, ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Aber ich bin kein Augenmerz, Bruder. Aber wenn du dir Sorgen ausgehst, du beharrst, das ist nichts Schlimmes, Bruder. Doch, das ist schlimm. Warum? Ja, aber das sieht scheiße aus. Bruder, das sieht man doch aber nicht. Digga, man sieht als erstes deine Hairline, Bro. Fix die lieber, Bro, hä? Nein, Arschloch. Nein, Bruder. Wollen wir über dich reden? Ich sehe gerade deine scheiß Prickel da. Ja, halt deine Fresse, Arschloch. Ja. Achso, ja, stimmt. Ich halte dich voll nah an meiner Fresse ran. Ja, ich habe übelst unreine Haut, Digga. I don't know, Mann. Ich habe hier auch welche. Ich weiß nicht. Ist das wie ein Hurensohn? Ja, oh mein Gott. Übertrieben eklig. Holy shit. Noch nie jemand einen Pickel gesehen. What the fuck? Ja, guck bei mir. Ich habe nichts. Geh mal nah an die Streamcam. Aber ich gehe nah an meine Streamcam gleich. Alter, du hast wirklich sehr reine Haut, Bro. Holy shit. Digga, wie machst du das? Du wäschst dich nie. Ja, ich gehe nie raus deswegen, glaube ich. Ah, true. True. Okay, warte, jetzt ich, jetzt ich, jetzt ich. Ich muss dich kurz weglegen. Ja. Das ist ein bisschen disgusting, no joke. Ah, es geht, es ist nicht disgusting. Es geht, es geht, es ist schlimmer. Es ist auch besser geworden und ich bin nicht rasiert, aber ja. Ja, dann geh ich mal ran. Ja, übertreibst. So eklig ist es nicht, Arschloch. Ist okay, ist okay. Ich habe so voll unreine Haut und ich habe so große Porn und so. Kein Mann. Aber es geht fit. Könnte schlimmer sein. Na gut, also ich schiel nicht, ne? Was meinst du? Vielleicht bisschen, Bro. I don't know, aber das ist egal. Nein, 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 hör auf das zu sein. Geht es dir um Schönheit? Nein, nein, es geht mir auch darum, dass ich dann nicht mehr öben kann und so. Bruder, du kannst auch so nicht aimen. Fick dich selber. Fick du dich selber, Mr. Ich breche nach zwölf Stunden die Win-Challenge ab, Arschloch. Ach, klar war es so nach zwölf Stunden. Hast du die letzte geschafft? Nee, es wurde alles resettet. Ah, ja, klar. Warum? Naja, ich habe zu viele Subs bekommen. Was hast du? Wayne, wenn du zu viele Subs bekommst, musst du alles resetten? Ich habe pro 100 Subs ein Game reset. Ah, klar. Und es kamen natürlich die 10.000 Subs rein und du musstest alles resetten, oder was? Ja, am Ende kam auch zu den Subs rein. Okay, ist aber komisch, weil dein Subcode ist 2.000 Subs weniger als da, wo ich das letzte Mal reingeguckt habe. Ich lege jetzt auf. Tschüss. Mach's gut, Bruder. Tschau, tschau. Oh Mann, dieser Wichser. Guckt ihn euch an. Da lacht er mit seinem 25K. Macht sich schon mal arme Leute lustig. Bruder, Hure, soll ich nochmal den Screenshot raussuchen, den du mir geschickt hast von deinen letzten Einnahmen? Das ist normal, wenn man zu wenig schläft oder zu viel Stress hat. Oh Gott, nein, 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 schielen ist nicht normal, Bro. Ich will nicht önden, dass ich nach da schaue irgendwann und dann ein Auge koppeln nach rechts. Alter, nein, das kann nicht. Lass mich einfach weiterschauen. Also Hugo, du hast mir mal den hier geschickt. Ich glaube, so arm ist es jetzt nicht. Das ist jetzt ein Stream-Arschloch. Die haben sich auch gerade angeguckt. Ich bin noch Jungfrau. 4,3K am Freitag. Kevin hat geleakt. Kevin hat geleakt am Freitag. 4,3K. Hä? Was hat er geleakt? Hä, warte mal, warte mal, warte mal. Hä, wie soll er wissen, wie viel ich mache? Der Horensort. Er meint das hier, ne? Digga, das war, als bei mir noch lief. Junge, er hat am gleichen Call, wo ich ihm das gezeigt habe, hat er mir gesagt, dass er das Doppelte gemacht hat, obwohl er ins Heaven so weit weg war. Digga, Revi rufe ich jetzt an.